ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von ja ich bin schon wieder wir sind immer noch unterwegs ich hoffe der ton funktioniert ich kann ja nur davon ausgehen dass er funktioniert und deshalb machen wir hier im anschluss gleich doch ein video von meiner fahrt hier so ein bisschen durch die berge heute wie ich schon sagte in den vorhergehenden videos ich will den zaun testen und dann können wir natürlich auch gleich hier ein bisschen umherfahren und hier bin ich das ist mal die strecke wo ich dann sage ach hier könnte man eigentlich öfter mal lang fahren und dann fährt man nur irgendwie einmal im vierter jahr hier lang oder so oder noch nicht mal und deshalb machen wir das heute mal wieder wir fahren hier diese wunderschöne doch relativ verlassene strecke im moment die kurven gehen noch aber dann werden sie leider wieder sehr eng und die straße wird auch sehr eng und ja dann ist das dann nicht mehr so ist immer noch eine schöne landschaft und so aber ebenso vom fahren das ist dann nicht mehr ganz so super toll jetzt im moment wie gesagt geht es noch nachher wird es alles ein bisschen enger ich habe übrigens von einem zuschauer vielleicht auch abonnent ich weiß es nicht kann er ja mir dann mal bescheid sagen hier unter dem video er hat mir geschrieben bei er hat auch eine x max 300 so habe ich das verstanden in der gleichen farbe also tech max und mausgrau und er hat sich wohl auch hinten diese dinge da bestellt für die top box so habe ich ihnen zumindest verstanden und die sind auch nicht lieferbar und die haben ihm irgendwas gesagt von oktober also jetzt ist ja oktober und bei mir ist auch nichts lieferbar und weil das angeblich eine neue farbe ist sind die dinge irgendwie stecken die wahrscheinlich in irgendeinen container fest oder so und ja also bin ich stehe ich nicht allein da teilweise es ist dann doch gleich wieder so die versorgung wahrscheinlich der händler obwohl zum beispiel mit motorrädern ist es ja schon anders denn ich habe ja gehört dass große probleme zum beispiel in deutschland mit honda gibt so weiß ich forza und was ich eigentlich fast alles von honda auch die cbr 650 r die ist aber hier erhältlich und also vielleicht nur beim zugehör ich weiß es nicht naja ok kommt natürlich dann immer bei den motorrädern darauf an wie beliebter sowas ist bei uns hier vielleicht haben sich ein bisschen besser eingedeckt malaga ist wohl auch eine der der provinzen wo an meisten motorräder und roller gefahren werden und erstaunlicherweise und glücklicherweise auch wohl eines der eine der provinzen die in denen nicht so viel geklaut wird ja das ist natürlich dann sehr viel mehr irgendwie in madrid und so weiter und ja komm komm überholte mich hier und ja das ist natürlich auch von vorteil ist immer von vorteil und ja meine stehen ja nun nicht auf der straße normalerweise und da wird das ja immerhin schon etwas reduziert obwohl man den nachbarn ja auch nicht immer trauen kann bei mir ist ja auch mal damals was passiert hatte ich ja auch schon mal erzählt mit dem auto mit dem roller will ich jetzt nicht schon wieder hier aufwärmen den kaffee und deshalb ist ja natürlich selbst in so einer gemeinschaftsgarage auch nicht sicher ja schöne strecke jetzt noch hier so kurven mit 60 70 vielleicht das geht das macht spaß wie gesagt jetzt gleich dahin die nächste ecke und dann wird es ein bisschen enger da im tal auch hier da den berg hoch mit meinem quart ich denke immer noch dran aber es ist ja naja das habe ich auch schon alles erzählt ja wir fahren jetzt nur mal ein stückchen hier ich muss wahrscheinlich bald wieder die batterie wechseln ein schäfer ohne schafe oder ich weiß es nicht so ach so ich kann euch ja noch was fällt mir gerade ein siehst du nicht vergessen immer das wichtigste eigentlich könnte man das video auch teilweise darum gestalten ein bisschen wasser ist da in dem fluss aber es fließt nicht es sind nur 14 bisschen darum gestalten und zwar habe ich mir aus china also von aliexpress da kaufe ich ja oder da bestelle ich manchmal so ein paar t-shirts die sind ja immer sehr billig und jetzt habe ich durch zufall da wird einem ja ist ja ist ja immer so dass man da in den kaufrausch verfällt da wird einem ja immer alles angezeigt was man ja noch kaufen könnte und da hatten sie mir irgendwie so eine motorrad tasche angezeigt so eine seitentasche hier habe ich jetzt gerade umgebunden könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen und dachte mir ja das ist ja vielleicht auch mal ganz gut wenn man da dokumente oder sein reisepass oder geld wenn man auch wo fährt dass man da nicht alles erst aus dem rucksack kram muss aber die straße wollte ich schon immer mal fahren fahren wir mal kurz mal hier runter immer wollte ich diese über diese kleine brücke fahren was steht hier muscheln gibt es hier das kann ja auch nicht wahr sein im moment natürlich nicht jetzt relativ wenig muscheln denke ich mal wenn kein wasser drin ist ja in süßwasser leben die steht da das auch alles was ich lesen kann komestible das heißt wohl dass sie nicht gehen dass sie nicht zum verzehr geeignet oder keine ahnung muss ich noch mal nachschauen zu hause ist ja ein ding hier gibt es muscheln so fahren wir mal hier das hier aus dass hier alles trocken wir haben ja zwei vielleicht kann ich da auch erstmal meine kamera wechsel ja wo war ich stehen geblieben ach so bei der seiten tasche ja die kann ich euch gleich mal zeigen wenn wir anhalten muss nur mal meine batterie hier wechseln hier kann ich anhalten vielleicht mal so die piepende graue maus piept schon wieder so ich glaube ja ach so dann muss ich das ab machen ihr könnt das so nicht sehen ich mache mal ob meine tasche ja da ist ja weiter nichts dran also hier könnte man sehen ja und das lustige ist das ding hat glaube ich sieben euro kostet ich glaube bei sonst bei amazon wenn man die normal kauft hier also in spanien oder deutschland da kosten die ja so um die 20 und jetzt steht ja auch noch alpine stars drauf das ist natürlich totaler quatsch denn ich habe die gesehen da sind alle möglichen sachen drauf gedruckt worden und das ist ja garantiert nicht unter vertrag oder wie sagt man von alpine stars nicht für sieben euro auf keinen fall und ich dachte mir für sieben euro kann man nichts falsch machen und ja ist natürlich ein billiges ding aber ja ich denke mal ganz gut so ja hier hat dann reißverschluss ich weiß nicht ob wir das sehen können vielleicht gehe ich mal an die sonne kurz habe ich die piepende graue maus ausgemacht noch nicht also einmal haben wir eine große tasche hier dann ist da noch so ein kleines fach drin weiter ist da nichts und dann haben wir draußen noch draußen haben wir auch noch ein da könnt ihr auch noch irgendwas reinstecken also ich wollte ihn noch mal ausprobieren machen muss ich mal was meine jacke aus hier so da sind zwei einmal um um die hüfte so ein gürtel gut und dann einmal da unten am bein befestigt ist das hier ruhig diesmal sogar kein hund der bild ist ja mal ungewöhnlich für spanien ja die olivenbäume ja okay so da habe ich euch die tasche gezeigt jetzt werde ich die batterie wechseln da fahren wir noch ein bisschen weiter ja eigentlich sehr angenehm hier gerade wirklich so vom von der temperatur kein geräusch ok ich werde alles wechseln bis gleich ja